Meinst du, ich könnte Klitschko mit deinem Schlag ausknocken? Ja, warum nicht? Kommst ja noch nicht wieder, Alter. Er denkt sich locker so. Wenn ich mit Schule durch die Lampen werde ich Profiboxer. Ja klar, erster Schlag, ich weine, Alter. Erster Schlag, du verbot. Was willst du, wenn du gegen Wandler bist mit 200kma, Alter? Dump. Ja, aber hey, wenn ich jetzt so zuerst schlagen dürfte und es nicht reicht, dann bin ich halt tot, aber... Man weiß ja nie... Das wird sowieso nicht reichen, Alter. Ja, wenn ich vorhin gegen die Schläfeboxe oder einen Killkopf einschlag, oder was weiß ich. Ja klar, ich lebe mal so viel Muckes rausgehen, Alter, dein Arm geht kaputt. Den ist sowieso, damit rechne ich hier. Dass meine Finger dabei draufgehen, ist mir klar. Am besten mach ich dann auch so schön den Daumen so in die Handfläche, dass ich mir das richtig... Und der Kommentator... Der Kommentator... Das Knacken durchströmt den Saal. Was macht das für ein Tier? Der lockt sich selber aus, Alter. So... Wie nennt man das? Wenn so ne Kugel zurückkommt, ne? Boah. Bauen's back, Alter. Wer ist die Scheiße? Das... Das hat so ein bestimmten... ...n Ausdruck. Jojo. Nein. Klammerst du, Alter. Wenn die Kugel zurückkommt. Wie der Ko... Wie der Ko... Wie der Schläger. Wie der Ko... 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 Wie kann man so scheiße sein wie du, Alter. Kennt den Wiederkeuler nicht. Kennt den Wiederkeuler nicht. Oh, shit. Oh, God. Teil losgeworden? Naja. Ich weiß. I hate this map. Eichenwalde? Ja.